Hallo, hier ist Naruto1986. Herzlich Willkommen zu Outlast Whistleplorer Part 10. Machen wir da jetzt weiter. Und... Eine Frau muss einiges zu beurteilen. Es ist nicht schön, ich weiß. Aber nur versuchen, wenn du dich bist. Für meine Sache. Für die Sache unserer Kinder. Es wird nicht lange dauern. Alter, der Typ ist doch gestört. Der Typ ist doch gestört. Digga, der Typ ist doch krank. Der Typ ist ja niemals einfach. Der Typ ist doch nicht wirklich krank. Nein. Entschuldigung, ich kann wieder mit dem Ließer. Danke Digga! Komm schon, freu dich. Oh, danke Digga! Komm, 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 komm! Nimm die scheiß Kamera, Digga! Komm, komm, nimm die scheiß Kamera hier jetzt da rum! Verdammt, ich brauche das zu langem. Nimm die scheiß Kamera jetzt auf, verdammte Scheiß. Nimm jetzt die blöde Kamera auf! Okay, da kann das nur humpeln so. Und auch nur schwer humpeln. Okay, das funktioniert, humpeln geht. Aber das ist, äh, das ist schwer humpeln, ja. Ich habe nur die Batterien, Hilfe! Scheiße, ich habe nur die Batterien, ich kann nur die Batterien, ich kann nur die Batterien, verdammt, ich kann nur die Batterien, ich kann nur die Batterien. Und ich, dann kann nur Schnell leften werden. Nimm die Batterien. �blung schneiden haben. Aber auch nicht. Lachen! Ja, geh doch drüber. Digger. Boah. Ey, das ist doch ge- Ge- Ey. Was ist das für ein Scheiße wieder? Gibt es ja nicht immer noch eine Batterie? Ich habe überhaupt keine Batterien mehr, ey, kacke, Alter, ich sehe nichts sonst. Kann sein, dass ich wieder verrege daran habe. Kann sein, dass ich wieder verrege, weil ich keine Batterien habe. Das ist das Scheiß-Problem. Scheiße, er hat mich gesehen, ey. Da kannst du ja nicht rein, das ist alles verschlossen. Wie ist es hier rum? Nein, da auch nicht. Ach, da ist die Scheiß-Tür. Mach die Scheiß-Tür zu, Digger. Schließt doch die Tür, du Panna. Ey, du bist doch ein Arschloch, weißt du das? Allein, du bist auskommen. Eine Frau ist hier. Wir sind entkommen, wir sind nicht gestorben, wir sind raus. Oh, komm, steh auf. Wollt ihr auch nach die Fresse, Alter. Super, wir sind den Panna entkommen. Wir sind ihn gerade zu entkommen, Alter, jawohl. Jetzt brauche ich eine neue Batterie, verflucht und nur Mist hier. So, endlich. So. Ich nehme eine neue Batterie einlegen. So, perfekt. Alter. Ja. Geschafft ist ein Flüchtes einmal verreckt, weil ich nicht gesehen habe, wo ich langen musste. Weil ich nicht richtig gesehen habe, aber jetzt haben wir es endlich. Perfekt, ja, obwohl ihr habt es draußen geschafft. Wir haben ein bisschen den Panna entkommen, endlich. Yes. Super. Ja, das war eigentlich eine zufällige Rettung von dem einen, dass er uns geöffnet hat hier. Aber jetzt habe ich eine neue Batterie und das brauche ich. Ich brauche jetzt wieder, jetzt brauche ich erstmal wieder ein paar neuere Batterien. Jetzt brauche ich wieder ein paar neue Batterien mehr. Hänge ich entkommen, jawohl. Digga, kannst du sagen, ich habe die Tür nicht, ich habe die Tür nicht gesehen. Einmal kurz hier durchschlatschen, dass wir die Beine ein bisschen hier, die Füße ein bisschen, ein bisschen, ja, drüben ist eine Akte, cool. Ich habe die Akte auf. Gibt es hier vielleicht irgendwo noch eine Batterie? Ach, wie der humpelt, ey. Meine Güte, Alter. Hier ist uns keine Batterie mehr, wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt, wir haben jetzt eine eine Batterie, und die muss ich mir jetzt das Wasser sparsam aufheben. Ich muss gucken, dass wir jetzt wieder eine neue Batterie kriegen, ey. Dass wir eine neue kriegen, erstmal schnell hier, da schnell. So. Wir sind jetzt in ein paar Zehn natürlich. Habe ich vorhin noch nicht erwähnt, wahrscheinlich, aber paar Zehn auf alle Fälle, hier. Halt an, guck durch die Richtung, ey, und dann. Ach, der humpelt immer noch, ey. Digga, du humpelst ja immer noch. Ja, natürlich humpelt er immer noch. Schnell hier rein. Ja, sorry, wir müssen aus dem Fenster hüpfen. Gut, dass ich es vorhin geschafft habe, ein paar Mal die Tür zu machen, vor dem seiner scheiß Nase. Na ja, und hier ist dieser blöde Fahrstuhlschacht. Da war eine drüber. Haben wir hier vielleicht irgendwo noch Batterien, aber ich brauche Batterien. Langsam brauche ich neue Batterien, jawohl das. Ja. Einer habe ich wieder, Gott sei Dank, weil wir haben... Der Pen hat uns die ganzen Batterien genommen, der Idiot. Perfekt, wir haben jetzt eine neue Batterie. Wir haben jetzt wieder eine neue Batterie. Finde ich gut. Wir haben jetzt noch eine als Ersatz, aber wir sparen trotzdem diese und die eine Batterie, die wir haben. Mann. Boah, ey, Digga, wir müssen die jetzt echt aufsparen, ey. Ja, und neuer Sprecher, perfekt. Finde ich gut. Ey, wir sind eben, Gott sei Dank, denn kommt der Wichser. Ich will die hier rein schlüsseln. Ja, ja, weiß ich. Ah, nee. Bitte nicht. Meine Station, scheiße. Warte mal, kann der jetzt mehr. Nee, der humpelt immer noch so. Ich habe gedacht, der kann jetzt wieder... Ich habe gedacht, der kann jetzt wieder rennen, aber... Nee, wird wohl nix. Scheiße. Ja. Ja, perfekt. Zwei neue Batterien, perfekt, ey. Ich hoffe, ich finde noch ein paar mehr dann heute. Weil, die kann ich jetzt gut gebrauchen, die Batterien alle. Deswegen. Ah, Küche. Ach, da liegt die Tür auf auch. Gibt es hier in der Küche vielleicht irgendwo noch eine Batterie hier? Weil zwei habe ich ja jetzt schon mal, das ist nicht schlecht, das finde ich gut. Finde ich sauber. Warte mal, kann ich da da vorne vielleicht hier rüber? Ja, doch, das geht so. Perfekt. Kriege ich hier vielleicht irgendwo noch eine Batterie vielleicht? Ja! Baby, da ist eine Batterie, eine neue. Drei Batterien habe ich schon mal jetzt. Speichern. So, jetzt werde ich noch mal hier schon kurz eine kleine... Hallo, hier ist ein Naruto 1986, ey, da. Da bin ich wieder. Und, ja. Ich habe jetzt eigentlich... Drei neue Batterien. Und die spare ich mir jetzt echt ein. Deswegen erstmal hier raus umsparen. Oh nein, ich liebe die Verteile. Scheiße, Tonal hier auch noch. Oh nein, das ist zu, okay. Ah, da ist jetzt die Büsche, das Tonal hier. Boah, Digga. Nee. Nicht hier. Äh, warte mal. Oh nein, da war ich ja schon drin. Sag nicht, dass wir da durch die Küche jetzt müssen, vielleicht. Ja, ja, ich weiß, hier ist der Exil-Ausgang, hier ist der Ausgang, da muss ich ein Ding besorgen. Warte mal, machen wir nochmal die Tür auf, warte. Kann ich dann vielleicht... Nee, kann ich auch nicht ins Lamm, okay, das heißt, ich muss durch die scheiß Küchen. Anscheinend weiß ich wohl durch die scheiß Drecksküchen. Boah, Digga, hey, das ist jetzt... Voll grausam, ey. Äh, da hinten, nee. Ich will gucken, dass ich mir die ein bisschen absparen kann, hier. Ha, okay, schon jeder weg. Hey, hier hoch hab ich da müssen. Hey, komm ich nur jetzt... Hm, da komm ich gar nicht hoch, leg mich doch. Ach, da hinten rein, okay. Alles klar. Da ist er. Hä? Hier ist keine Batterie mehr, oder was? Sorry, nee. Oh, nee, jetzt bin ich in der Scheiß-Sport-Halle hier drin, er leckt mich doch. Boah. Nee. Fuck, ey. Jetzt wird's krank, jetzt wird's krank, Digga. Hier. Notiz. So. Das könnt ihr euch selber angucken, da der ist... Ist, was ich jetzt nicht... Ähm, naja... Hm, ich weiß nicht, wie viel danach noch am Ende noch kommt. Äh, man, ich will gucken, dass ich auch noch ein paar Parts schaffe, hier. Oh, Mann. Oh, das könnt ihr euch selbst durchstellen. Okay, soweit ist der ganze Scheißig gut beleuchtet, finde ich, das finde ich gut. Also, ich glaube... Ich glaube... Ah, nein, nein, da brauche ich einfach nur gerade hier entlang und dann da vorne dann durch. Wenn wir es dann haben. Aber so einfach... Ich glaube... Ah, okay, ich glaube, er lässt sich da rennen, glaube ich. Das ist auch ein Penner, oder? Ich Penner, wenn ich gerne zu singen habe, oder? Das ist auch immer noch ein paar Riechen, oder irgendwas? Nee, anscheinend nicht. Wunderfuck, Alter. Die Ballerien wechseln einmal schnell kurz. Oh, das ist ein Zigoner. Der Spinn doch, Alter. haben wir hier noch mal Ballerien irgendwie was ich habe ja nicht mal genug Zeit um mich hier um zu gucken wegen Ballerien weil Alter ich muss mich die Ballerien jetzt ein bisschen einsparen ich weiß nicht, ob das nicht so schnell hergeht wie die Ballerien ich habe gerade gedacht gibt es was aber anscheinend noch nicht ich hier vielleicht ich bin eben vorhin entkommen aber auch nur vorhin ja, da ist eine Batterie eine neue, perfekt nehmen wir auf, wir haben wieder drei, perfekt wir haben jetzt wieder drei neue Batterien, das ist gut okay da ist er halt da ist der scheiß Schlüssel jetzt muss ich kommen, wenn ich dann durchkomme gleich wird da ist die jetzt die das die ich 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 Montypito! Ja! Verdammte Scheiß! Komm doch, wer ist weg? Da kriegst du solche Aggressionen! Hey, ohne Witz, Digga! Da kriegst du so eine Aggressionen gleich wieder! Warum lauf ich in diesen Bärenraum da rein, ey? Also, bis gleich! Wir sehen uns im nächsten...